Ich meine, in Zeiten von Fake News, Verschwörungstheorien und Steffen Seibert wird es sowieso immer schwieriger, echte Ohren von rechten Ohren zu unterscheiden, meine Damen und Herren. Wahre Fakten von falschen Fakten zu trennen, denn immer weniger Journalisten machen sich die Mühe, sich die Dinge ganz, ganz genau anzuschauen. Hallo, liebe Bento-Redaktion, Hand aus dem Po, es geht um euch unter anderem und um Inhalte und Content und das man mal gründlich recherchiert. Wir vom Neo Magazin Royale haben darum gemeinsam im Rechercheverbund mit dem NDR, dem WDR, der Süddeutschen Zeitung und der Chefredaktion für Innenpolitik und Kohlsuppendiäten der Barbara einen hundertprozentig seriösen Faktenprüfer auf die besonders komplizierten Fälle angesetzt. Sein Name? Florentin Ulfkotte. Willkommen zu Wahre Fakten. Die Sendung mit wahren Fakten und vielleicht auch unwahren Fakten. Doch was wahr ist und was nicht, entscheiden Sie selbst. Denn wie sagt ein altes rassistisches Sprichwort? Was ist der Unterschied zwischen der Wahrheit und Asiaten? Die Wahrheit hat viele Gesichter. Darum lassen Sie mich heute, Ihr Bärchenpflaster, auf der eitrigen Wunde der Unwissenheit sein. Seit vielen Jahren will uns Hollywood weismachen, dass Aliens keine Gehirnfresser sind, die die Menschheit ausrotten wollen, sondern bloß süße, lustige, haarige Viecher. Wie zum Beispiel in dem Film Space Jam mit Michael Jordan, dem damaligen Star der Chicago Bulls. Doch was ist, wenn Space Jam keine Fiktion war, sondern Michael Jordan wirklich mit Aliens zu tun hatte? Und ist es wirklich Zufall, dass er ausgerechnet die 23 auf seinem Trikot trug? Schauen wir uns doch das Logo der Chicago Bulls einmal genauer an. Dreht man es um 540 Grad, so wird ein eindeutiges Bild sichtbar. Ein Alien, das ein Buch liest. Das ist der eindeutige Beweis. Es gibt Aliens unter uns. Doch wie kommunizieren sie untereinander? Liegt die Antwort vielleicht in dem Buch, das das Alien liest? Es müsste natürlich ein Buch sein, welches momentan in jedem Bücheregal zu finden ist. Richtig. Darm mit Charm. Die Suche nach seltsamen Gestalten, möglicherweise außerirdischen Ursprungs, führte mich und mein sehr begabtes Team aus Wissenschaftlern nach vielen Wochen erfolgloser Suche schließlich zur AFD. Die sich inzwischen nicht mal mehr Mühe gibt, ihre extraterrestrische Herkunft zu verschleiern, wenn sie Menschen wie diese, diese oder diese in ihren Reihen duldet. Doch den entscheidenden Durchbruch auf der Suche nach dem Alien-Code erzielten wir mit diesem Bild. Schockierend. Ist es Ihnen aufgefallen? Sehen wir uns das Bild einmal genauer an. Nun, was genau sehen wir hier? Einen schreienden Zyknoten? Den Umriss von Mike Krügers Gesicht? Oder ist es doch eine Baseballkappe? Und wer hat auch eine Baseballkappe getragen, während er Baseball gespielt hat? Ganz genau. Michael Jordan. Doch ist dieses Ohr wirklich von dieser Welt? Und Alice Weidel, eine lesbische Frau an der Spitze der rechten Partei Deutschlands, deren Partnerin nicht nur dunkelhäutig ist, sondern auch noch feministische Filme von euren GEZ-Gebühren macht? Liebe Aliens. Seriously? Nice try. Das ist sogar für mich zu offensichtlich. Schauen wir uns das Bild einmal genauer an, könnten die Zeichen nicht eindeutiger sein. Nicht nur, dass das Ohr geformt ist wie ein Anfang der 80er Jahre in Plymouth entdeckter Kornkreis, sondern auch wie die Dan Ryan Woods in Chicago. Und natürlich die Baseballkappe, die Sportass Michael Jordan in seinem letzten Baseballspiel trug. Diese Indizien lassen nur einen Schluss zu. Das Ohr von Alice Weidel muss der Schlüssel sein. Verbinden wir jetzt diese eindeutigen Hinweise und legen das Ohr auf Seite 88 von Darm mit Charme, so erhalten wir die Worte VW, Abgase und Joghurt. Was es mit Joghurt auf sich hat, wissen wir nicht. Noch nicht. Aber wollen die Aliens wirklich die Menschen mit Abgasen ganz langsam ausrotten? Und haben Aliens überhaupt Führerscheine? Doch es wird noch unheimlicher. Folgen wir den Hinweisen, die uns Darm mit Charme und Alice Weidels Ohr gegeben haben und werfen einen Blick auf das VW-Logo. Doch dieses Mal drehen wir es um minus 540 Grad. Es erscheinen deutlich lesbar die Buchstaben M, A und O. Doch wofür stehen M, A und O? Ganz genau. Michelle and Obama. Und was dieser Karate-Kämpfer mit den sehr langen Armen mit der Sache zu tun hat, da sind wir noch dran. Michelle Obama. Vielen Dank für diesen Beitrag, Florentin Ohlspotter, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht, aber was mich nach diesem wichtigen Stück Fernsehjournalismus noch immer am meisten beschäftigt, das rechte Ohr von Alice Weidel. Und darum freue ich mich jetzt ganz besonders, dass ich es zum Interview begrüßen kann. Guten Abend, rechtes Ohr von Alice Weidel. Guten Abend, Herr Böhmermann. Die erste Frage, die erlaubt sein muss, rechtes Ohr von Alice Weidel, warum können Sie eigentlich sprechen? Ja, warum denn nicht? Sie können ja auch sprechen. Ja, das stimmt. Und lassen Sie mich direkt im Anschluss, rechtes Ohr von Alice Weidel, eine Anschlussfrage stellen. Wie fühlt sich das an, rechts von Alice Weidel zu sein? Ich verstehe die Frage nicht. Dann habe ich mir eine andere lustige Frage aufgeschrieben, die ich vielleicht mal jetzt vorlesen möchte. Sie kann das ein oder andere peppige Wortspiel enthalten. Sie haben sicher zurzeit viel um die Ohren, mit dem Leute übers Ohr hauen. Dafür kennt man ja Ihre Organisation. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen der Wähler am Ende die Ohren langzieht? Das war eine lustige Frage. Ja, das war eine sehr lustige Frage. Die Leute haben ein bisschen gelacht. Können Sie denn die Kritik nachvollziehen oder geht das bei Ihnen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus? Also ich persönlich habe ja eher die Linkspartei gewählt. Sie haben die Linkspartei gewählt? Ja, klar. Das rechte Ohr von Alice Weidel hat die Linkspartei. Das muss man sich mal auf dem Ohrläppchen zergehen lassen. Das ist ja unglaublich. Wissen Sie was? Das ist genau diese öffentlich-rechtliche Arroganz, die Deutschland kaputt macht. Sie abscheuliche Medienkreatur. Jetzt lasse ich, jetzt lasse mal bitte. Es reicht, ich lasse gleich das Studio. Lassen Sie bitte mal die Kirche im Ohr. Erstens sind Sie überhaupt nicht im Studio, sondern rechts am Kopf von Alice Weidel. Und zweitens sind Sie auch bloß ein Ohr. Ja, immer noch besser als Ihre Nase zu sein. Was? Was? Ja, immer was anderes, Herr Böbermann. Ja, bitte. Kann ich vielleicht nochmal blinzeln? Ich hatte das mit eurer Redakteurin so abgesprochen, dass ich das im Interview mal machen darf. Sie wollen jetzt blinzeln? Ja, gerne. Machen Sie mal. Das ist ja toll. Können Sie doch was singen oder so? Ja, natürlich. Was denn? Oh, you need is love. Ich kann noch was. Warte, warte, warte. Ja. Oh, what is it good for? Absolutely nothing. Say it again. Say it again. Alle im Chor. Oh, what is it good for? Ganz kurz. Rechtes Ohr von Alice Weidel. Bevor das hier ausufert. Wir sind immer noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ein kleines bisschen Disziplin, auch wenn der Wahlkampf vorbei ist. Meine Abschlussfrage. Black or white? Hä? Das verstehe ich nicht. Kein Wunder. Wissen Sie, warum? Weil Sie nicht zuhören können. Wie bitte? Vielen Dank. Rechtes Ohr von Alice Weidel. Halten Sie die Ohren steif. Dankeschön. Ganz wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank.